So, da sind wir wieder. Und jetzt werden wir uns wohl oder übel mit den Spinnen abgeben müssen, denn wir brauchen noch einen zweiten Schlüssel, um die Tür aufzubekommen. Hm, ja. Können wir uns irgendwie besser vorbereiten? Wir haben drei Heiltränke, das dürfte eigentlich erstmal reichen. Wir könnten die Mischung weichklopfen mit den Wurfsternen. So. Wir sollten am besten nur gegen Einzelzeit kämpfen, aber das können wir nicht ändern. Und wir sollten nicht in eine Ecke laufen. Das war jetzt genial. Oh, Schild in die Hand. Nicht sterben. Nicht sterben wäre schon mal sehr gut. Ähm. Hallo? Wir brauchen nur drei Schläge, um uns runterzuhauen. Da wartet schon die nächste auf uns. Und das Licht geht aus. Ähm. Ja. Okay, das war unnötig. Also nochmal, das Ganze diesmal versuchen wir es gar nicht erst mit den Liniener Sternen, sondern laufen gleich in die richtige Richtung. Und dann da lang zum Ausweichen. So, komm her. Jetzt müsste ich eigentlich richtig gelaufen sein. Ja, das ist doch gut. Und hier haben wir so ein schönes 2x2 Feld. Oh oh. Dass uns nichts nützt, denn es kommen noch mehr Spinnen. Und hier bleibe ich doch jetzt mal stehen. Denn sobald die eine Spinne tot ist, können wir jetzt hinmachen und gleich schlafen. Sobald die eine Spinne tot ist, sagte ich. Stirbst du mal? Stirbst du mal? Äh. Zug, 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 zug. Boah. Garstige Biester. Und dafür müssen wir jetzt so gefühlte 20 bis 30 Stück rumbringen. Das wird sehr lustig. Haha. Einmal Licht. Ching. Und schlafen. Ja, natürlich könnten wir es auch irgendwie... Oh, neuer Traum. Ich kann dich nicht hören, aber du kannst mich hören. Ich habe versucht zu anderen Menschen zu sprechen, die vor dir kamen. Sie waren Kriminelle. Aber ich spüre, dass ich dir vertrauen kann. Hm. Okay. Also was ich gerade sagen wollte. Wir könnten jetzt natürlich ein paar Ressourcen verschwenden. Aber die wollte ich mir eigentlich auch prüfen für später. Und es geht jetzt ja auch. Es ist halt nur ein bisschen nervig, weil wir sie immer einzeln umbringen. Und das Ganze recht lange dauert. Aber das lässt sich halt nicht ändern. So, war hier noch eine zweite? Ah, da ist die zweite. Oh, 19 Schaden. Vielleicht sollten wir die Wurfstände doch schön benutzen. Definitiv schön benutzen. Nee, hier war falsch. Da ist richtig. Vor allem können wir die Sterne schneller werfen, als wir die Axt schwingen können. Kritisch. Und ein Job hinterher. Ja, so muss das laufen. Und ein Level-Up. Sehr schöne Sache. Schon wieder falsch gelaufen. Tür zu. So. Das Level-Up dürfte jetzt eigentlich nicht allzu schwer sein. Es konnten mich einfach alles in X rein. Richtig. Spellcraft haben wir die Punkte. Rüstung wollten wir nicht. Also extra. Zack, 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 zack. Was kommt eigentlich als nächstes? Mit 18 mehr Stärke. Und mit 22 Cleave. Also noch zwei Level. Na gut. Da wieder runter. Tür auf. Nur noch eine Spille, die wir sehen können. Job. Na komm. Na komm. Und jetzt einen schönen Job. Kein Miss. Au, 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 au. Ähm, ähm, Eiltrank. Eiltrank. Ja, ich weiß schon, warum ich die so sehr hasse, die Viecher. Hauen gut rein. Halten einigermaßen was aus. Und haben den Psychofaktor. Ich habe immer den Verdacht, dass die versuchen, einen auszutricksen. Vor allem, wenn sie in größeren Gruppen auftreten. Dass sie einen umrunden. Und versuchen, den Weg abzuschneiden. Und sowas alles. So, das kommt auch noch mit. Aber jetzt machen wir mal kurz zu. Und schlafen mal wieder. Primär wegen der Stamina. Da ich ja schön meine Spezialattacken benutzen will. So, das Gift lassen einfach mal da. Obwohl, wir haben eigentlich genug Gegengiftkräuter. Tja. Neun Heiltrank. So. Weiter geht's mit der Spinnenjagd. Das ist die Tür. Das ist die Tür da. Hm. Will ich die Tür überhaupt aufhaben? Nein. Nein, ich glaube es nicht. Denn dann können die wieder hinter uns kommen. Bläumenklaus brauchen wir nicht. Aber da funkelt was. Tada. Der zweite Schlüssel. Sehr schön. Oh. Hier ist ja nur ein kleiner Raum. Ich dachte, hier geht's gleich weiter. Und ein langes Schwert, das wir nicht wirklich brauchen. Das kommt gleich in die Rumpelkammer. Ja, ich weiß. Ich könnte es einfach gleich liegen lassen. Aber, das finde ich irgendwie komisch. So. Und. Eine plus drei Westen. Die brauchen wir auch nicht. Ähm. Was mit der Fackel da? Die macht nichts. Aber die nehmen wir mit, falls wir irgendwo wieder ein Fackelrätsel haben. So. Und das heißt, da geht's weiter. Einmal Klick. Kurz schlafen. Aber wir hören schon wieder Beingetrappel. Und Schlüssel Nummer zwei. Hm. Oh, da ist einer. Oh, das war ein schöner Treffer. Ein, zwei noch. Und die ist... To-t. Na komm. Oh, zwei Treffer. Ähm, 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 hier können wir nichts zu machen. Wollen wir einfach hier schlafen? Ja, die können uns nicht one-hitten. Was soll's. Sollten wir gleich mal drauf achten, ob er auch genug Nahrung noch hat. Auch wenn das keine negativen Effekte hat. Auch wenn das keine negativen Effekte hat. Erst wenn man rot wird in der Anzeige. Und das dauert ja eine ganze Weile. Oh ja, er hat Hunger. Und wir haben nichts zu essen dabei. Äh, ja. Ah, und hier waren die Fackelhalterungen. Ich glaube, dadurch kam man dann... Hier weiter. Bei dem Gatter und der Eisentür. Wurde auch in den Kommentaren geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere. Oh, hier war doch gerade eine Spinne. Ah, da bist du. Ja, komm. Ich habe keine Ahnung, wo wir das sind. Ich hoffe einfach mal, dass hier keine Sackgasse ist. Wo geht's lang? Da geht's lang. So, das machen wir auch noch kaputt. So, war das jetzt in der Mitte oder nicht in der Mitte? Ich glaube, das war das Gegenteil von dem Rätsel am Anfang. Das heißt, hier muss eine hin. Und auf der anderen Seite. Aber dafür haben wir keine Fackeln mehr. Das ist nicht gut. Da hinten leuchtet was, aber das sind bestimmt viel zu viele Spinnen. Jo. Schnell wieder ins sichere Gebiet. Weg, 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 weg. Und wir suchen jetzt einfach weiter hinten. Nach Fackeln. Und wir können noch einen kleinen Abstecher zum blauen Kristall machen. Um das ganze nutzlose Zeug reinzuschmeißen. Und ein bisschen Essen aufzusammeln. Die Fackel kommt mit. So. Einmal was zu essen. Das reicht sogar. Und... Krillungskrams, das wir nicht unbedingt brauchen können. Da hinten hin. Die Fackel haben wir. Warum haben wir nur noch einen Pfeil? Ah, stimmt. Wir haben einmal die Pfeile benutzt, um gegen irgendwas gegenzuwerfen. Und die danach wahrscheinlich wieder aufgehoben. Aber gut. Ja, Sterne sind eh besser. Und wir haben eigentlich genug Sachen, um Druckplatten auszulösen inzwischen. Hier wieder durch. Da wieder durch. Und... Da durch. Und da sonst die Pfeile. So, das heißt, hier muss jetzt die nächste Fackel rein. Und... Da geht was auf. Tada! Ähm... Hm. Wofür die Fallgruppe hier hin? Speichern wir mal kurz ab. Ach. Die Save-Game-Slots sind immer noch alle voll. Ja, das sollte ich echt irgendwann mal machen. Und das ist jetzt 8a. Und hops. Hm. Wir sind... Ach, bei dem Rätsel, das wir auch schon gelöst haben. Schade. Aber gut. Wir wissen wenigstens, dass da jetzt nichts mehr ist. So. Wieder hier durch. Wieder hier durch. Oh. Ah! Und erst denken, dann laufen. Und diesmal den Pfeil von der Druckplatte nehmen. Genau den da. So. Ja. Was haben wir hier? Den Huntsman-Cloak. Der wird besser sein, als der zerflederte Cloak, den wir hier haben. Ja, jo. Zwei mehr ausweichen. Einen Dexterity und eine Vitality mehr. Sehr schön. Kommst wieder mit. Und kommst da drauf. Und Spinni, Spinni ist da. So. Die Fackeln werden wieder eingesackt. Zack. So. Und jetzt haben wir die Qual der Wahl, wo wir lang gehen wollen. Und egal, wo wir lang gehen, werden wir wahrscheinlich hier blockiert. Auf dem Rückweg durch irgendeine Spinne. Ähm. Sag ich doch, da ist die erste Spinne. Die Spinne kommt hier gar nicht durch. Das ist doch mal praktisch. Das heißt, wir können uns erstmal hier in Ruhe umgucken. Und das ist eine Sackgasse. Ah. Von wegen, die kommt ja nicht durch. Ja, das Schild hätte ich eigentlich lieber in die Hand nehmen sollen. Mann, 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 Mann. Ich hasse die Spinnen. So. Alles schnell einsacken. Gleich neue Heiltränke machen, bevor wir wieder hier eingekesselt werden. Und ja, erst die Heiltränke dann weglaufen. Äh. Äh. So. Ähm. Da. Hm. Wie kam die hier durch? Das ist jetzt sehr, sehr, sehr komisch. Also hier haben wir uns gerade Rhein-Baldovert. Da ging es nicht weiter. Hier ist ein Gitter. Da sind die Eier am Weg. Ah. Von hier kam die vielleicht. Ja, okay. So viel dazu. Ähm, ähm, ähm. Können wir die Tür irgendwie wieder zumachen? Nee. Das macht nur die Geheimwand auf. Na gut. Dann schlafen wir halt hier. Da wissen wir wenigstens ungefähr, wo wir sind. Und falls wir eingekommen werden, können wir halt rückwärts immer wieder Richtung blauen Kristall laufen. Und das Gift ist ganz schön zäh. Na gut. Äh. Das war's auch schon für diese Folge. Ja, die nächsten ein, zwei Folgen werden wir nur damit beschäftigt sein, hier mal die Spinnen umzubringen, zurückzulaufen. Denk ich zumindest. Dieses Level habe ich echt gefressen. Aber gut. Speichern. Hm. Da. Und das ist T8B. Und wir sehen uns in ein, zwei Tagen wieder. Bis denne. Da. Dann. Nu.